Hallo, ich bin der Boris Trautmann, 51 Jahre alt. Ich lebe in Stuttgart, bin verheiratet, habe zwei Kinder und von Beruf bin ich IT-Security-Spezialist. Zur Kampfkunst bin ich eher zufällig gekommen, als ich 2012 die Webseite meines Trainers Jörg gefunden habe. Nach einem Probetraining und der recht schnellen Vertragsunterzeichnung wurde das regelmäßige Training schnell Bestandteil meines Lebens und ich konnte gar nicht mehr ohne. Ich habe nach einigen Jahren begonnen selbst Gruppen anzuleiten und bin inzwischen in der glücklichen Situation, dass ich gemeinsam mit Jörg zur Masterclass bei ENSO komme und dort das System stetig weiterentwickeln kann. Warum überhaupt Wing Chun? Zu Anfang hat mich am Wing Chun System sehr begeistert und gereizt, dass es eine Kampfkunst ist, die ich bis ins hohe Alter betreiben kann und die Begeisterung an dieser Tatsache, die ist eigentlich stets gewachsen, weil inzwischen das nicht einfach nur ein Spruch ist, sondern ich mehr und mehr merke, dass das wirklich nichts ist, was mich jemals einschränken wird, sondern ich kann stets wachsen. Ja, und was genau reizt mich am Zakaria Wing Chun? Das Zakaria Wing Chun ist sehr transparent. Das heißt, ich erfahre zu allem, was ich lerne, warum ich es mache. Es wird genau aufgezeigt, dass es funktioniert und wie es funktioniert und es gibt keine Geheimnisse. Ich kann jederzeit nachfragen und es gibt einen vorgezeichneten Ausbildungsverlauf, der sehr schnell vermittelt, welche Übungen kommen und diese kann ich üben, so lange, bis sie sitzen. Ja, inzwischen nehme ich am regelmäßigen Gruppenunterricht bei meinem Trainer Jörg in Stuttgart teil und bin zusätzlich mit Jörg in der Masterclass. Das führt zu zwei bis vier Trainingseinheiten die Woche. Mal mehr, mal weniger. Die Masterclass ist eine sehr familiäre Gruppe. In der Zwischenzeit sind mir alle ans Herz gewachsen und es ist alles auch nicht nur aufs Training begrenzt. Man geht nach dem Training essen und trifft sich auch außerhalb des Trainings und man kennt sich und mag sich. Zusätzlich bietet die Masterclass einfach ein sehr viel intensiveres Trainingserlebnis. Ich habe längere Einheiten als im Gruppenunterricht und ich habe intensivere Einheiten mit Trainingspartnern, die lange Jahre Erfahrung haben in Wing Chun unterschiedlichster Stilrichtungen und auch in anderen Kampfsport- oder Kampfkünsten. Ja, mein Tipp für alle, die sich für Wing Chun interessieren und das System vollständig erlernen wollen. Meldet euch, macht einen persönlichen Termin aus und schaut einfach mal rein. Ihr habt die Möglichkeit, bei einem Lehrer, der das System vollständig hat und vollständig vermitteln kann, alles zu lernen von der ersten Form über Holzpuppe, Langstock, Doppelmesser, das System zu erlernen, und zu trainieren.